Hey Compadres und Amigas, Crypto Ghosts am Start und hat ein neues Video parat. Wöchentlich grüßt das Murmeltier, heißt es bei LuckyBlockCoin. Während der Kryptomarkt immer weiter den Bach runtergeht, droppt der Head of Product, T-Rands Reboundo, jeden Freitag ein EMA, wo mehrere Fragen wieder an ihm gestellt worden sind. Mal schauen, was dieses Mal dabei ist. Insgesamt waren es dieses Mal nur 11 Fragen, wie immer, Frage an T-Rands und anschließend seine Antwort darauf. Für all diese Themen bleibt dran und zieht euch das Video bis zum Ende durch. Den Standardprozess nicht vergessen, Like, Glockenstelle, Abo und Kommi für den Algo. Wir machen weiter, ab kommt das in. Kommen wir zu der ersten Frage. Gab es bisher viele Posteinsendungen? Antwort daraufhin, wenige. Nur zur Info, hier sind die Posteinsendungen gemeint, womit man einen Freilos bekommen kann. Nächste Frage. Wann werden wir an guten Börsen notiert? KuCoin, Binance, etc. Die Antwort daraufhin, wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit vielen Layer 2 und Layer 1 Vermittlungsstellen. Das war die Antwort. Nächste Frage. Wann gehen die Apps live und wann wird Version 2 für den Handel verfügbar sein? Die Antwort daraufhin, mobile Apps sind nicht unsere Prio. Es spielt ja hier auch erstmal keine Rolle, da die Lotterien auch so laufen. Hier muss ich jetzt persönlich sagen, dass er anscheinend die Schnauze voll hat. Es sind immer dieselben Fragen. Zusätzlich sagte er, wir werden die Web App vervollständigen und dann überlegen, was als nächstes den höchsten Return of Investment haben wird. Bezüglich Version 2 wird es in naher Zukunft für den Handel verfügbar sein. Wir sind gerade dabei, viele Dinge abzuschließen. Ich werde aber vorerst keine Termine festlegen. Also der Mann will sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen und hier Falschaussagen machen, deswegen hält er die Schnauze. Gut, nächste Frage. Kann jemand für Klarheit und Transparenz sorgen? Warum einige Kryptoprojekte zum Starttermin in weniger als einer Woche auf mehr als 50 Plattformen gelistet werden können? Und warum LuckyBlockCoin in einem Jahr es nur auf 10 Plattformen schafft? Also ich weiß ja nicht, welche Plattform der Fragesteller meint. Meines Wissens nach ist LuckyBlockCoin nur auf L-Bank und PancakeSwap zu haben. Welche 10 Plattformen meint der Kollege? Auf jeden Fall gab es noch eine andere Börse, die aber inoffiziell LuckyBlockCoin gelistet hatte, ohne sich mit LuckyBlockCoin abzusprechen. Das hat auch LuckyBlockCoin mitgeteilt und die haben auch gesagt, dass es keine offizielle Partnerschaft zwischen der einen Kryptobörse ist und LuckyBlockCoin. Dazu hatte ich auch mal ein Video gemacht und LuckyBlockCoin hat ganz am Anfang davon abgeraten, dass man dort seine LuckyBlockCoin kauft. Nachhinein haben sie gesagt, ihr könnt dort eure LuckyBlockCoin kaufen, aber wir haben mit denen nichts zu tun, es besteht keine Partnerschaft. Also, welche 10 Plattformen meint er? Ich wüsste nicht, was er meint. Wenn ihr es wisst, dann sagt mir mal bitte Bescheid und teilt mir mal eure Meinung in den Kommentaren, was für 10 Plattformen hier gemeint sind. Zumindest hat Tyrion seine Antwort darauf, die lautet, Da es ein Krypto-Projekt mit einem Fokus auf die Glücksspielbranche ist, verlangen viele Plattformen eine sehr große Zahlung, um LuckyBlockCoin auf deren Plattformen zu listen. Das war der Fall, als wir das erste Mal mit denen gesprochen hatten. Mit dem sich ändernden Markt sind ihre Anforderungen jedoch mittlerweile erheblich gesunken. Kommen wir zur nächsten Frage. Es wäre cool, wenn es mehrere Gewinner gäbe und die Ziehung live durchgeführt wird. So etwas wie das Vegas-Star. Die Antwort ist in unseren langfristigen Plänen. Nächste Frage. Warum benutzt ihr bei der LuckyBlock-Website und die Web-App nicht die TLS 1.2-Funktion? Dies führt zu Problemen beim Zugriff auf die Seiten, wenn man über einen von Vodafone unterstützten Internetanbieter, der einer der größten in Großbritannien ist, da die Webseite aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Benutzern blockiert. Also hier ist auch die Frage, beziehungsweise warum man halt nicht HTTPS Doppelpunkt halt vor der LuckyBlockCoin Webseite oder beziehungsweise Webadresse hat, weil das vereinfacht halt den Zugriff und Vodafone blockiert hier anscheinend den Zugriff auf die Seite. Die Antwort daraufhin war auf jeden Fall, wir hatten Probleme mit Zertifikatsanbietern, was aber in Kürze behoben werden soll. Auch Vodafone blockiert viele Seiten, die es nicht sollte. Nächste Frage, wenn man drei Tage lang vergisst Dividenden einzufordern, sind diese dann verloren? Kurz und knapp, ja. Meiner Meinung nach ist das klar, weil das macht halt Sinn für LuckyBlockCoin. Sollte der ein oder andere jetzt vergessen seine Dividenden einzufordern, spart LuckyBlockCoin Geld. Ich meine, warum nicht? Mach es täglich oder mach es halt Pech, ist halt so. Nächste Frage, wann erwarten wir die Ankündigung des Audits? Sind wir in Gesprächen mit Börsen vor der Prüfung? Antwort, sehr bald. Hier muss ich aber sagen, dass dieses sehr bald vom letzten Freitag ist. Das Audit ist mittlerweile, glaube ich, durch, wie ich es richtig verstanden habe. Also ist diese Frage nutzlos. Also das Audit ist auf jeden Fall mittlerweile parat. Nächste Frage. Ein paar Fragen zu AMA1.Version2Rollout. Wie läuft es? Viele von uns freuen sich darauf, dass dies der Preisverdoppler für unsere Investition ist. Da ist er, der Moonboy, der mit seinen 50€ Invest einen Preisverdoppler hinlegen will. Hier ist auf jeden Fall daraufhin. Über den Preis können wir nicht spekulieren. Version 2 ist so gut wie fertig. Also ist es jetzt eine Frage von Wochen und nicht mehr von Monaten. Also das heißt, Version 2 wird demnächst folgen. Man redet hier von Wochen. Nächste Frage. Wäre es proaktiver, mehr Geld für Entwicklung und Fehlerbehebung auszugeben als für Werbung? Also wäre es nicht sinnvoller, ist damit hier gemeint? Viele von uns im LuckyBlockCoin Investment Team würden diese Entscheidung zu 100% unterstützt. Die Antwort daraufhin. Wir haben für beides ein Budget. Geld in die Entwicklung zu werfen, beunigt nicht die Entwicklung. Recht hat der T-Rail. Auch wenn die da Geld reinbuttern, kann es trotzdem irgendwie zu Problemen kommen, die nicht auf Eile gelöst werden. Letzte Frage. Als langfristiger Inhaber von über 6 Millionen LuckyBlockCoins, leistet ihr großartige Arbeit? Dafür wollte ich Ihnen und dem Team danken. Also der Herr will sich hier bei den Leuten bedanken. Die Antwort von T-Rainz daraufhin. Danke, wir arbeiten hart daran, ein funktionierendes Produkt zu liefern und das Interesse zu steigern. Rätschen Glückwunsch. Ja, moin. Soviel zu den Fragen und den Antworten von T-Rainz. Wo ich hier weitermache, wollte ich auf jeden Fall auf meinen Partner KuCoin aufmerksam. Falls ihr auf der Suche nach einer neuen Exchange seid, dann ran da. Mit meinem Code in der Beschreibung bekommt ihr von mir 15% auf die Gasfees. KuCoin hat auf jeden Fall eine riesige Anzahl an Coins, wo ihr euch nicht auf 10 verschiedenen Plattformen anmelden müsst, um die bekanntesten Coins zu kaufen. Solltet ihr jetzt euch auf KuCoin mit meinem Registrierungslink angemeldet haben, den ihr in der Beschreibung findet, und nachdem ihr investiert habt, dicke Gewinne eingefahren haben, dann kann ich euch zusätzlich Atani empfehlen, die euch die Steuererklärung für eure Kryptos vereinfacht. Durch die API-Verbindung speichert sich Atani alle Transaktionen und mit einem Klick bekommst du das Formular, das du für die hauptsächliche Steuererklärung benötigst. Und all das ist kostenlos. Also holt euch Atani, den Link dazu findet ihr auch in meiner Beschreibung. Soviel zu meinen Partnern. Um nochmal auf das EMA zurückzukommen, beziehungsweise auf LuckyBlockCoin. Dieses Mal erschien mir das EMA auf jeden Fall kürzer als die letzten Male, es waren weniger Fragen. Was ich aber auf jeden Fall mitbekommen habe, wenn man sich Twitter und all das anschaut von LuckyBlockCoin, dass sich da wahrscheinlich was anbahnt. Ich denke, dass das nächste Listing in den Startlöchern steht. So wurde es zumindest von LuckyBlockCoin mitgeteilt. Viele reden von Binance. Natürlich meine ich hier nicht, dass LuckyBlockCoin das Team selber von Binance redet, aber die Investoren. Ich persönlich glaube aber nicht, dass es sich bei dem Listing um Binance handelt. Wenn es so ist, ist es desto krasser, aber ich bezweifle es. Direkt beim ersten neuen Listing auf Binance zuzudrehen? Ich weiß es nicht. Sollte das der Fall sein, wird das wahrscheinlich für einen starken Preisschub sorgen. Freunde, das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefahren. Lasst es mich gerne durch ein Like, Abon und Kommi wissen. Wenn ihr Lust habt, dann folgt mir auf Insta und tretet auch meiner Telegram-Gruppe bei, wo ihr den Link dazu in der Beschreibung findet. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund und munter. Danke fürs Zuschauen. Hasta la vista. Ciao.